So Leute, weiter geht's. Wir gehen in unsere Garage und holen uns erstmal ein gescheites Auto. Nightblade. So, mal schauen. Wo können wir denn hin? Karte. So, Versicherungsbetrug, würde ich mal sagen. Ich hab mich schon vorher ein bisschen umgeguckt. Was man machen könnte. Ich hab mich für das entschieden. Feuerwehrwagen wär auch lustig. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah, Mann. Ah, doch. Da müssen wir hin parten. die Warte Depp so mit der Maustaste Puppenflug wirft dich selbst zu Autos, Objekte und Gebäude um durch Schadenersatz zu verdienen steigt doch ein das ist der beste so da kann man noch irgendwo hinfahren, keine Ahnung wohin wow, shit 2.000 Dollar Schadenersatz so soo 100m soo so mach mal Cash ah scheiße ich muss mich mal ein Auto werfen würde ich mal sagen ja so ungefähr vielleicht haben wir noch eins das schneller fährt muss nur gucken dass ja das war jetzt nicht so gut ja Mann das war gut gleich mal 10.000 gecached hat alter der Hutte einfach und fährt vorbei nach oben Adrenalin Sobald die Adrenalin-Anzeige gefühlt ist, kannst du den Adrenalin-Modus benutzen und ihrer verstärkte Treffer. Alter. Wie der durch die Gegend fliegt, ist ja mal übelst krass. Gibt's hier nicht noch größere Autos? Die einem mehr schaden können? Woah, 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 woah. Shit. Ach, hier ist die Zone, wo man mehr bekommt. Komm, komm, komm. Krasse Scheiße. Ich würde sagen, man fällt hier mal die Wagen weg. Komm, fahr mich um. Alter. Alter. Mist. Komm schon. es geht noch weiter wie die Zeit ist rum aber es geht noch weiter ok wieso weichen die aus? Mensch ging aber jetzt noch viel länger ich probier's nochmal so 300 Meter 200 bleib doch nicht mitten auf der ich glaub's ja nicht sehr gut gleich mal 5000 abgezogen ja 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 gepfranst richtig hässlich wie ausgewichen ist das ist das ist das ist das ist das ist die 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 3 3 3 3 3 3 Entschuldigung! Aus meinem Weg! komm schon ja mann hier an dieser komischen Schanze Ich seh mich alle nicht. Na scheiße. Endlich. Ich glaub schon. Ja man. 40.000. Ja man. Das war ja jetzt krass. Alter die fahren da hinten einfach mal irgendwo rein. Das ist richtig geil. Was man hier macht. Komm schon. Auf. Das war eine gute Idee. 8.000. Besser ist es wenn mich ganz viele. Ja man. Ich hab's geschafft. Und mich ganz viele Wagen. Wagen treffen. So jetzt hab ich schon Rang 3. 2. Was heißt pink. Geiler special move. Okay. Okay. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wir müssen einen neuen Ort. Das Studio shit. Das ist nicht funktioniert. Oh. Spend zu viel Zeit in Posh Hotels. Ich kann es nicht helfen, dass der Rest in der Welt die Saints richtig behandeln. Das bedeutet, dass wir so schwer werden. Ich verstehe. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das mit dem Parken? Wie ist das mit dem Parken? Hä? Ah, Pinker zu mir. Was soll ich jetzt machen? Triff dich mit Pierce. Okay. Die Bullen von ihrem Wagen zu befreien wird lustig. So, ich kenne mir. Alles klar. Arbeiter, komm. Ah, hier. In den Park hier rein, oder was das ist? Uh. Da wären wir. Steig in ein Auto ein. Ja, in den hier. Shandy's taking this thing with Gat pretty hard. And we all are. I know, but you're always pissed off. A girl's not as crazy as you. Don't worry. Keep an eye on her. How long were you rolling with Gat anyway? Long time. He was there when I first joined the Saints. Shit. What was he like back then? He mellowed with age. Until Aisha died. Then he was fucking pissed. Nice try. 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 Der schießt einfach mal, in diesem Grad passt. Hier muss erstmal der Wagen rein. Ja, weil man ihn so durch die Gegend schmeißen kann. So, das sieht doch mal gut aus. Metall. Welche Farbe nehmen wir hier? Einfach mal was anderes. Mehr Metall. Einfach mal was anderes. Einfach mal was anderes. Ja man. Egal. Spielfortsetzen nicht mehr nehmen. Einfach mal was anderes. Einfach mal was anderes. Mal kurz was gucken. Was sind da oben für welche? Was sind da oben? Was sind da oben? Was sind da oben? Was sind da oben? Was ist das für eine Bande? Die haben ja nichts drauf. So, die Bande hätten wir. Die sind so gut. Die sind so gut. So, ich glaube, wir beenden hier mal das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ah, okay. Hier kommt immer noch ein bisschen direkt nach. Gut, jetzt beenden wir das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.